Endlich ist dieser Song draußen von Rauf und Falk und Neletto. Ich habe mich auf diesen Song wirklich sehr gefreut. Ich habe gestern, ich glaube noch, sechs Songs von Rauf und Falk gehört. Ich finde, die beiden sind klasse und haben wunderschöne Stimme und machen sehr gute Musik. Es ist natürlich mehr so Popmusik, aber trotzdem ist das wunderschöne Musik, die mir wirklich gefällt. Ich habe auch einige Songs sogar meinen Kindern gezeigt und meine Kinder haben die Songs sogar gefeiert. Was ich euch mal fragen wollte, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber in der Mitte ist, glaube ich, Rauf. Und hier rechts, der junge Mann, ist, glaube ich, Feig, wenn ich mich nicht täusche. Und Feig sieht natürlich so aus, als hätte er jetzt eine Woche lang Ganja gekifft. Ja, ihr könnt mich aber korrigieren, falls ich das falsch gesagt habe. Ist auch vollkommen egal jetzt. Ich will diesen Song hören. Ich habe mich auf diesen Song wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich finde die Melodie sensationell. Ich habe ja schon so gesehen, das Intro mal gehört von diesem Song. Boah, die Melodie. Boah, diese Stimme. So süß. So süß. Also bei diesem Song darf man nicht sitzen. Bei diesem Song muss man aufstehen. Also wer bei diesem Song sitzen bleibt, der hat was falsch gemacht. Boah. Die Lettersstimme Ich hab mich so auf diese Song gefreut Ich hab sogar sehr viele Videos jetzt in letzter Zeit auch von Neletto angeschaut Neletto kann sehr gut tanzen Boah, der kann richtig gut tanzen Also für meinen Respekt Also sogar dieser Beat animiert einen zu tanzen Dieser Beat ist einfach geil Dann die Stimme von Rauf und Falk zusammen Und dann kommt Neletto und dann wird das sowieso alles so Bombe Boah Also das sind für mich Jungs, die haben alle Talent Meiner Meinung nach Neletto hat wunderschöne Stimme Rauf und Feig Ich kenne sogar einige deutsche Musiker Die klauen sogar Beats Von Rauf und Feig Und sogar deren Hooks klauen die auch Das könnte man sogar im Club hören Ich weiß nicht warum Aber zum Beispiel solche Musik Müsste auch bei uns in Deutschland In den Clubs gespielt werden Das ist nämlich gute Musik Das ist wirklich sehr gute Musik Ich glaube ich muss gleich mal so Maxim anrufen Und sagen Ey Maxim Mach mal Schaschlik klar Ich komme morgen Wir werden auf jeden Fall Musik hören Und uns den Schaschlik geben Ja Das ist geil Sehr sehr schade Dass dieser Song so kurz ist Nur drei Minuten Boah Meiner Meinung nach Guter Hit Ich höre mir das jetzt gleich nochmal an Ich feiere diesen Song Ich habe auf diesen Song wirklich sehr lange gewartet Geiler Song Geiler shit Ja Black Lotus Brr 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 S Lotus Kami Tatsumodus Fenty Wackers Parasex Nauti Patent Shoot in deinem Grr grr Shoot in deinem